Herzlich Willkommen wieder zurück zu Resident Evil 7 im letzten Part sind wir in das alte Haus eingedrungen Ach komm mal hier der wollte sich von mir verstecken da hast du es und wir haben einen Rucksack gefunden das heißt wir haben jetzt mehr Platz wir haben mehr Platz hatte ich nicht mehr Pistolen Munition gehabt irgendwie ich meine schon ich meine schon und hier lag doch noch was naja das Ding was ist äh was ist kann ich das hier da brauch ich ein rotes ne aber das hier kann ich oder 100 so und jetzt kann ich das hier kombinieren damit kann ich nicht ähm kann ich den kann ich den irgendwie ausrüsten wie kann ich denn eigentlich Sachen ausrüsten wie kann ich denn das hier wie kann ich das hier weg tun wie kann ich die äh anscheinend kann er mit etwas anderes kombiniert werden Brennergriff ja ich hab doch hier Brenner Zeug Brennstoff Kraftstoff für den Brenner naja gut ähm komm scheiß da drauf wie finde das später aus was hier wofür ist hoffentlich wird und 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 ist auch diese un und auch um und auch Prozent Herr Bauer ab die Angst oder was es ist das werde ich gemacht in die Klinik unser Pistole wieder die Tür steht offen Na, ich geh erstmal hier rein. Na komm, da oben ist auch noch eins, oder? Das hat so, ähm, am Anfang, ne, am Anfang, da hab ich gedacht, weil das hat so irgendwie ausgesehen, Festbrennstoff. Das hat so ausgesehen, als ob das sowas wie, ja, so eine leichte Ähnlichkeit mit Resident Evil 4 hätte, ne? Nur halt eben hier als Ego-Perspektive. Ach, ja, kann ich nicht. Aber, es hat auch ein bisschen... Kann ich die Kälte noch... Oh, schon oder was? Da ist noch. Ja, schon, ich kriegst du dich, ich kriegst du dich. Die sind fast alle weg. So, jetzt. Für Munition zu schade. Hm, ja. Leider. Was ist hier? Ah! Gut, ähm. Was kann ich denn jetzt kombinieren hier? Zwei. Flammgranaten. Okay. Das sind jetzt Granaten, ne? Und ich kann... Das kann ich nicht. Aber ich kann hier... Fett... Ah, nee, das ist jetzt nicht die fette Munition. Ah, scheiße, ich hätte Heilung lieber machen sollen, ne? Naja, was soll's. Da ist verschlossen. Granaten. Wie kann ich die denn ausrüsten? Wie kann ich die denn da oben hin ausrüsten? Muss ich erstmal die Munition verballern, dann irgendwie... nicht wie... Kein Plan. Na gut. Ach, da ist wieder so ein Vieh. Pass auf. Ja, ja. Fuck. Ja, auf jeden Fall... Ähm... Was ich erzählen wollte. Am Anfang... sah das so aus, als ob da so irgendwie so Resident Evil 4 ähnlich wäre, aber... Mittlerweile... Ja, das ist so... So der Verlauf, so... Ich mein, die haben so mehrere Resident Evil... ...kombiniert. Nein. War ja klar. Und ich mein, hier erstmal in einem Haus, dann in das andere hier... Dann von hier aus muss ich wieder in das... In das andere Haus sicherlich. Das ist wie... Beim Resident Evil 1. Ich mein... Ja, haben die schon irgendwo gut gemacht, ne? Ah, also... Dietrich, jetzt kann ich doch auch hier dieses... Die Schublade aufmachen. Ja. Dietrich. Erste Hilfe. Gut, einen Platz hab ich noch. Geh mal da rein, oder? Wieso hab ich das vorher nicht gesehen? Oder... Kam das jetzt erst dahin? Keine Ahnung, ey. Oh, bleib unten. Okay, hier sieht er auch schon ziemlich gut... Ah, ho, 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 ho. Jetzt kann ich doch hier die Sachen miteinander kombinieren. Ja, also hier Flammwerfer. Leute, ich habe einen scheiß Flammwerfer mit 150. Das ist doch... Das ist doch... Gut, hier... Doch, hab ich Platz. Eine Bowlingkugel, oder was ist das? Ja, jetzt habe ich einen Flammwerfer. Jetzt kann ich diesen Fischern zeigen, wo die Arme eigentlich mein... Ich mein, die müssen Angst vor Feuer haben. Alle Insekten haben Angst vor Feuer. Hoffe ich zumindest mal. Wie sieht das aus? Wie... Hör mal da drauf ausprobieren. Nee, ähm... Der ist ja noch nicht im Weg. Der scheiß Ding. Ja, verpisst euch. Scheiß Viecher. Was soll das hier tun? Naja, geht gut. Gut, ich, ähm... Hab keinen Platz. Ich habe auf jeden Fall keinen Platz. Deswegen muss ich hier was weglegen. Erstes Mal. Und ich brauche das Ding. Um da reinzukommen. Was ich mit mir hatte. Ich muss mal gerade gucken. Ob ich überhaupt den Timer eingestellt habe. Habe ich. Aufmachen. Ähm... Wir machen das Ding weg. Wir machen. Ich brauche eigentlich alles. Schiss-Bulver. Kann mich dummer. Schiss-Bulver erst mal weg. Jetzt habe ich zwei Platz. Zwei Plätze. Ja, ich habe gerade eben eine... Also, da ist gerade eben. Ich habe eine... Vorhin habe ich die... ...diese Tasche gefunden. Und habe immer noch keinen Platz. So, ich glaube, ich behalte erst mal den Flammenwerfer hier. Hier. Pist euch. Yeah. Yeah, der Wichser. Na ja, gut. Wenn man die ganze Zeit draufballert, ist das schnell weg. Achso, das ist jetzt hier der Raum. Okay. Da ist noch so ein Ding. Scheiße, ich habe durchkraut Haftstoff dabei. Kombinieren. Zack. Jetzt habe ich drei. Jetzt habe ich drei. Und... Da muss ich hin, oder was? Das sieht zumindest mal so aus. Was soll ich erst mal... Naja, keine Ahnung, ob ich da hinten... ...noch was untersuchen will. Ja, das hier scheint zumindest mal der richtige Weg zu sein, glaube ich. Gut, ich meine... Antike Münze. Ähm... Zwei. Zwei habe ich noch gebraucht, ne? Das heißt, mit einer kann ich erst mal nichts anfangen. Oh. Hau ab. Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir eher sagen. Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas. Sieh seine Hilfe! Verdammt. Den wollte ich ja so oder so aufs Maul hauen. Da ist das Ding. Weil der... Den nervt. Den hasse ich schon seit dem ersten Augenblick. Seit ich da auf dem Tisch aufgewacht bin. Hier ist sonst gar nichts, ne? Mami. Mami. Wieso nennen sie die Mami? Und hier ist echt... Hier ist echt nur hier dieser Durchgang. Das ist ja wohl ein Witz. Oh fuck. Ähm... Gut, dann geh ich... Wundersrum. Da rein. Die Mami, ey. Ähm... Ich mein jetzt die alte. Ja hier, also ganz ehrlich, ich hasse hier jeden. Ich hasse hier jeden. Ich werde niemanden wahrscheinlich retten. Falls es hier jemanden zu retten gibt. Okay. Gut. Das... Habe ich jetzt... Hingekriegt. Wenn ich dieses Vieh noch... Schnell erledigt kriege... Und dieses ist da... Da sind wir doch gut unterwegs. Dumm, was ist denn hier? Ach, diese Dinger. Mann, schon wieder, ey. Wo bist du hingegangen? Wo bist du? Meinst du mich oder was? Meinst du jetzt mich? Wo mal? Löff die jetzt hier rum? Ich meine, ich habe jetzt so ein Ding. No, da kann ich... Komm, mach mal hier. Neues. Kann ich die abfackeln? Ich weiß nicht, ey. Ich kann aber die Viecher da hinten abfackeln, auf jeden Fall. So, Leute, ich habe noch 30 Sekunden zu spielen. Diese kranke Scheiße macht mich selber krank, ne? Ich, ähm... Wirklich, ich hasse hier jeden, dem ihr nur so nahe kommt. Gut, dass ich bewaffnet bin. Ähm... Scheiße, dass die nicht sterben. Ja, ähm... Ich würde sagen, bis gleich, Leute. Macht's gut und... Tschüss. So, jetzt geht's. Vielen Dank.